Peace Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video oder eher gesagt zu einem Video. Morgen findet das, oder eher gesagt heute, hängt eben ab wann ihr euch das anschaut, entweder am Donnerstag oder eben halt am Freitag, also dann zum Beispiel morgen oder heute Abend so gesagt, am 21. August, also Freitag, den 21. August, findet dann das Fortnite-Turnier statt, ist jetzt ein bisschen kurzfristig, aber das sollte passen. Ja, also es geht glaube ich um 19.30 Uhr los, da fangen wir dann an mit Fortnite-Stream und ja, der Gewinner fickt eben halt den, äh, die zwei pusht und wir für Instagram, YouTube oder TikTok, könnt ihr euch aussuchen und, ähm, ja, es wird ungefähr so ablaufen, dass wir die Qualifikationsphase haben in den Custom Games, direkt sechs Runden werden gespielt, wir brauchen sechs Gewinner, wir werden halt, äh, zwei, also einer, zweimal gewinnt und wir werden eben halt mehrere Runden gespielt, bis wir genau sechs Gewinner haben, ähm, dann werden wir irgendwann mal dann, ähm, ein, äh, also dann sind es immer sechs Spieler, die werden aufgesplittet, man, die losen das aus, halt dann ist es halt, dass wir mit den, den drei Jungs in der Lobby gehen und mit den anderen drei Jungs in der Lobby gehen und, ähm, ja, die Videos schneiden wir dann zusammen und das kommt dann als Video und das Finale wird dann auch als Video kommen und das geht, geht ihm halt ein Kill-Duell mit drei Runden, wer am meisten Kills macht, hat am Ende gewonnen und ja, schaut gerne mal morgen im Stream, 1930 vorbei, wenn alles klappt, dann sind wir, äh, ja, 1930 ungefähr, sind wir live, Custom Games, Fortnite-Turnier, wird geil, kommt einmal rein oder zockt mit, ihr könnt alle mitzocken, wie gesagt, ihr könnt euch allen Push für zwei Plattformen verdienen, es lohnt sich und ja, für weitere Fragen, schreibt es mal in die Kommentare, dann würde ich aber sagen, tschüss und ciao, wir sehen uns morgen.